Hoch und weit, wenig zielgerichtet. Aber was für ein Tor! Was für ein Schuss! Und was für ein Tor! Christian Dorda! Aus dem Nichts heraus fasst sich der Außenverteidiger einfach mal ein Herz. Und er zielt seinen ersten Treffer für Hansa Rostock. 30 Meter und oben rechts in den Winkel. Unheilbar für Marvin Schwebel. Was für ein Fund! Volles Risiko und dafür wird Christian Dorda belohnt. Neugekommen ja in dieser Saison. Aus Westerloh, aus Belgien geholt. Und der Sportdirektor von Hansa Rostock, der Uwe Klein, den wir eben gehört haben, der kennt ihn noch aus Gladbach der Jugendzeiten.